Ich bin auf so vielen Inklusionsveranstaltungen in den letzten Jahren gewesen, ich kann sie gar nicht mehr zählen. Und was mir immer wieder auffällt ist, wenn man, ohne das irgendwie langweilig theoretisch jetzt zu tun, aber wenn man am Anfang eines Vortrags nicht deutlich macht, was man mit dem Begriff meint, dann kann es manchmal zu tumultartigen Szenen kommen, vor allen Dingen nachher, wenn wir hier sitzen und uns darüber unterhalten oder diskutieren. Deswegen ist es super wichtig, mal am Anfang eben zu sagen, was verstehe ich eigentlich unter Inklusion oder welchen Inklusionsbegriff habe ich Ihnen hier mitgebracht? Herr Pelke hat vielleicht einen ganz anderen, da kommen wir nachher wahrscheinlich auch noch miteinander ins Gespräch. Was ich dann tun möchte, also das werde ich eben versuchen, sehr anschaulich zu tun, ohne irgendwie Ihnen eine wissenschaftliche Abkandlung hier zu liefern. Ich komme auf das professionelle Unbehagen in inklusiven Bildungsreformen zu sprechen. Wir hatten eben den Begriff schon Überforderung, also große Überforderungssituationen im Moment im Bereich der Schule, aber auch im außerschulischen Bereich damit umzugehen. Da ziehe ich uns so ein bisschen in den Keller, sage ich mal. Also das ist so ein bisschen, ja eben nicht Wolkenkuckucksheim, sondern eigentlich, wie es im Moment auch aussieht im Land, bei dem Versuch, Inklusion in ein Schulsystem zu implementieren, das eigentlich darauf aus meiner Sicht wenig vorbereitet ist. Mehr dazu aber später noch. Dann baue ich uns wieder auf natürlich, weil man kann natürlich jetzt nicht sagen, naja, wir haben halt ein Schulsystem, das segregativ aufgebaut ist, dann machen wir einfach nicht, können wir Inklusion sein lassen, sondern es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, Lehrkräfte, Professoren, Eltern, die an dem Thema arbeiten und das werde ich mit Ihnen dann auch tun in den letzten fünf Minuten oder zehn Minuten dann, indem ich Ihnen ein Projekt vorstelle im Bereich oder aus dem Bereich der Lehrerinnen-Ausbildung. Ich starte inflationärer Gebrauch des Inklusionsbegriffs, was meine ich damit? Unheimlich viele meiner Kollegen machen da schon seit Jahren eigentlich darauf aufmerksam, dass was ganz Erstaunliches passiert ist. Wir haben uns nämlich von dem Integrationsbegriff verabschiedet und uns zum Inklusionsbegriff zugewendet. Alles ist eigentlich im Moment Inklusion, aber ohne eine klare Definition des Begriffs eigentlich vorzunehmen. Beziehungsweise wir reden auf sehr unterschiedlichen Ebenen, wenn wir von Inklusion sprechen. Ich zeige Ihnen gleich auch ein Beispiel. Wocken hat das auch schon lange gesagt, alle politischen Organisationen, Institutionen verwenden ohne alle Umschweife den international gültigen Begriff Inklusion. Da kommt er nämlich her, ist ein international schon seit vielen Jahren geprägter Begriff. Inklusion ist zu einem inflationären Allerweltsbegriff geworden mit unscharfen Konturen und mehrdeutigem Inhalt. Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht. Ich lasse meine Studierende immer diese Beispiele sammeln. Ohne Herrn Klaassen, ich kenne ihn auch nicht, auf die Füße treten zu müssen. Sein Buch muss hier leider öfter herhalten, wenn ich einsteige mit dem Inklusionsbegriff. Der hat ein Buch, für was das vielleicht auch recht hilfreich ist für die Praxis Classroom Management im inklusiven Klassenzimmer. Da gucken wir jetzt mal rein. Unten steht noch Verhaltensauffälligkeiten, Vorbeugen und angemessen reagieren. Wir gehen mal ins Inhaltsverzeichnis. Erstens, da sehen Sie ein erstes Kapitel, Grundsätzliches zur inklusiven Bildung. Und schauen Sie mal, was da für Begriffsschöpfungen jetzt zu lesen sind oder zu finden sind. Wir haben Inklusionsschüler, wir haben Inklusions, oder das ist jetzt verrutscht, weil ich eben was hier verändern musste, und Inklusionslehrer. Und ganz neu aus meiner Sicht, wir haben auch Inklusionseltern. Ich weiß nicht, was Sie unter dem Begriff verstehen, was sind denn Inklusionseltern? Wir können das beliebig fortsetzen. Wir gehen jetzt mal weiter in Kapitel 3. Das ist das, was wir immer dann auch reflexiv mit unseren Studierenden bearbeiten. Da steht Prävention und Minimierung der Unterrichtsstörungen. Und was finden Sie als Kapitelüberschrift? Der Umgang mit schwierigen Schülern. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch irgendwie aufstößt, aber aus meiner Sicht fallen wir da meilenweit hinter das zurück, was wir schon lange erarbeitet haben. Es gibt keine schwierigen Schüler. Es gibt Situationen, herausfordernde Situationen. Man muss das immer systembezogen interpretieren. Und deswegen auch aus meiner Sicht, erinnern Sie sich an den Titel, das inklusive Klassenzimmer. Inklusion oder Integration wird ersetzt durch Inklusion. Und dann aber, wenn man weiterhin durchgeht durch das Werk, sieht man eben schon, was ist da eigentlich für eine pädagogische Grundhaltung vielleicht auch noch nicht reflexiv aufgearbeitet worden. Ich finde das ziemlich dramatisch, weil Lehrerinnen und Lehrer im Moment nach diesen rezepthaften Dingen suchen, weil sie müssen umsetzen. Sie können sich nicht erst fortbilden in einem abgetrennten Raum, sondern sie müssen ja die Innovation eben umsetzen. Und das ist aus meiner Sicht sehr schwierig, wenn man da eben so sehr rezeptartig vorgeht. Hier kennen Sie wahrscheinlich unterschiedliche Begriffsprägungen auch. Ich weiß nicht, ob Sie mal Inklusion gegoogelt haben. Wahrscheinlich jeder von uns mittlerweile, wenn man das vor ein paar Jahren gemacht hat, vor drei, vier Jahren, ist man sofort auf englischsprachigen Seiten gelandet. Bei uns gab es dazu ganz wenig. Wenn Sie es heute tun, finden Sie eine unzählige, also eine Vielzahl von unterschiedlichen Begriffen, Rollstühle in allen Varianten. Also sehr viel geht eben, es geht um das Thema der sogenannten Behinderung. Sehr provokante Thesen auch, durchgestrichene Förderschule, Inklusion als Menschenrecht ist etwas, was sehr stark auch geprägt wird. Jetzt bin ich noch mal ein bisschen provokant. Als ich die Anfrage hier bekam, lasse ich nur Speedlab, digitale Inklusion, habe ich so ein bisschen geschmunzelt und habe gedacht, wow, die Wortschöpfung habe ich noch nicht gehabt, was ist denn jetzt digitale Inklusion? Ja, ich bin jetzt da mal ganz ehrlich. Dann ging ich aber ins Gespräch mit Herrn Baumann und das war ein super hervorragendes Gespräch. Und die Fragen, jetzt einfach mal nochmal für Sie zum Durchlesen, finde ich genau die richtigen, die hier gestellt werden eigentlich. Das sind auch die Fragen, die mich beschäftigen, also Integration, Inklusion, Partizipation, was jetzt? Ja, zu dem Begriff der Partizipation sage ich gleich noch was. Was ist denn eigentlich eine inklusive Didaktik? Wir haben da mal einen Sammelband zu veröffentlicht, schon vor zwei, drei Jahren, der sehr gut angenommen wurde. Aber ich hatte damals ein ganz mulmiges Gefühl, weil ich dachte, wir haben doch eigentlich noch gar nichts. Also wir machen eigentlich nur noch mehr Fragen auf. Und wenn Sie die Fragen, die wir miteinander in der Vorbesprechung eben diskutiert haben, nochmal weiter runterlesen, sehen Sie eigentlich aus meiner Sicht eben sehr, sehr zentrale Fragen, dieser großen Herausforderung zu begegnen. Also klar, eine neue Wortschöpfung, es gibt jetzt auch digitale Inklusion, aber aus meiner Sicht eben sehr, sehr zentrale oder wichtige Chancen eben auch dieser großen, vielleicht Überforderungssituation auch zu begegnen, die wir aktuell in der Schule haben. Also das würde ich jetzt relativ schnell hier durchgehen, weil ich habe ja angekündigt, ich finde es wichtig, eben sich erstmal zu verdeutlichen, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Inklusion sprechen. Ich habe es mir zu eigen gemacht, eigentlich schon vor langer Zeit den international gebräuchlichen Begriff zu benutzen. Wenn Sie sich die UNESCO-Guidelines zum Thema Inklusion anschauen, dann finden Sie immer wieder diese Formulierungen. Also es geht um alle Lernenden. Den Auszug, den wir eben gerade hatten, der hat das eigentlich genau beschrieben auch. Also es geht keine Fokussierung auf eine Heterogenitätsdimension, sondern es geht darum, wenn wir über Inklusion sprechen, alle Dimensionen von Vielfalt im Blick zu behalten. Jetzt nicht erschrecken, viel zu lang, um ein Zitat oder um es auf eine Folie zu bringen. Deswegen habe ich die wichtigen Begriffe fett gedruckt. Für mich die am besten händelbarste, zutreffendste, auch international anschlussfähige Idee inklusive Pädagogik zu formulieren. Biver hat das 2009 schon getan und hier sehen Sie die zentralen Begriffe eigentlich. Es geht darum, Etikettierung und Klassifizierung, also der schwierige Schüler, darauf zu verzichten, diese vereinfachte Sicht, dieses Labeling, wie wir international sagen, eben aufzugeben im pädagogischen Handeln, in Schule, aber natürlich auch außerschulisch. Es geht um Partizipation in allen Lebensbereichen und es geht, und das ist der wichtigste Aspekt, um strukturelle Veränderungen. Es geht auch um die Arbeit am und mit dem Kind, aber es geht darum, die Strukturen, also Barrieren aufzulesen, die wir haben im System für Teilhabe oder auch nicht Teilhabe an Bildung. Das ist eben das, was ich Ihnen hier präsentiere, der sogenannte menschenrechtsbasierte Bildungsbegriff. Und der ist ganz, ganz, ja, ist, wie gesagt, international anschlussfähig. Wir haben in unserem Land, in der nationalen Situation, reden wir oft von Inklusion, meinen aber, wie Hinz es mal gesagt hat, eher Desegregation. Ich weiß nicht, ob Sie den Unterschied sehen. Viele Situationen, auch diese Publikationen, die ich Ihnen eben gezeigt habe, verwenden den Begriff, haben aber ständig die Perspektive auf Inklusion, wie integriere ich ein paar mehr Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf in unser Regelschulsystem. Das ist eine sehr stark verkürzte Sicht eben auf inklusive Bildung. Es setzt sich aus meiner Sicht, und das habe ich eben auch gedacht, als ich dieses Vorwort las hier, oder diese Guideline, die Herr Baumann zeigte, setzt sich aus meiner Sicht im Moment bei uns aber auch sehr stark durch, das deutlich auszuweiten. Hier ganz kurz nur, dass wir so ein bisschen auf einem gemeinsamen Nenner sind. Also es gibt kaum transformelle Sichtweise auf inklusive Bildung. Es gibt eine hochemotional aufgeladene Debatte. Und warum problematisiere ich das hier so stark? Aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, auch sich nochmal alte Forschungsergebnisse anzuschauen. So alt sind die zum Teil gar nicht. Das Update der Inklusion der Bertelsmann Stiftung hat 2014 wieder deutlich gemacht, dass wir es mit einem hohen Benachteiligispotenzial in unserem Schulsystem zu tun haben. Man vergisst das vielleicht manchmal, wenn man im System unterwegs ist, aber aus meiner Sicht darf man nicht müde werden, das immer wieder auch nochmal deutlich zu machen. Ich denke, Sie sind mit dieser Situation vertraut. Wir haben einen hohen Anteil von nach wie vor von Schülern mit sogenannter Migrationsgeschichte an unseren Förderschulen. Vor allen Dingen der Förderbereich Lernen, den es international überhaupt gar nicht gibt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist. Ich bin ja viel in anderen Ländern unterwegs. Es ist so in der Form in Kanada zum Beispiel überhaupt gar nicht bekannt. Es gibt keinen sonderpädagogischen Förderbedarf Lernen dort, auch nicht in den skandinavischen Ländern. Bei uns sind 60, 65 Prozent der Kinder mit attestiertem Förderbedarf Lernen, also eine sehr große Gruppe. Trotzdem, um hier auch zu versöhnen natürlich, weil wir eben sehr stark eben auch die Inklusionsdebatte sonderpädagogisch geprägt haben bei uns. Aus meiner Sicht ist es ein sehr entscheidender Teilbeitrag, bei uns Inklusion eben zu bearbeiten. Aber es ist, und deswegen habe ich es unterstrichen, ein Teilbeitrag. Sie finden, ich bin im Moment sehr stark, ein kurzer Exkurs, eingebunden in die Situation der sogenannten Flüchtlingskinder. Auch ein Wort, was eigentlich, wie ich auch gelernt habe, nicht politisch korrekt ist, sondern man spricht von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern. Wissen Sie, was gerade an den Schulen in NRW zumindest passiert mit dieser Situation? Lehrerin und Lehrer kommen zu mir, also es gibt auch schon Zeitungsartikel in die Richtung und sagen, jetzt sind wir doch mit der Inklusion noch nicht fertig, jetzt müssen wir da auch noch mit den Flüchtlingen schaffen. Das ist genau das, was ich meine. Das ist die Nation, weil wir sind da in so einer gewissen nationalen Gefangenheit, immer schön systematisch Gruppe für Gruppe abzuarbeiten. Meine Idee ist jetzt, und deswegen mische ich mich da auch ganz stark ein, warum denn jetzt wieder was Neues, wieder neue Lehrer ausbilden mit neuen Programmen in Extraräumen für neue Schülerinnen und Schüler. Warum nicht zu versuchen, mit dieser inklusionspädagogischen Perspektive, die ich Ihnen gerade präsentiert habe und die übrigens auch gar nicht von mir ist, sondern die ist international völlig anschlussfähig. Das ist so, wie man international den Begriff auch prägt. Warum eben das nicht gemeinsam zu versuchen? Was nicht heißt, dass man nicht auch mal eine Klasse einrichten kann, wo man erstmal Sprachförderung unter sich betreibt. Das sollte aber eine Situation sein, die sehr kurzweilig ist. Ist aber im Moment nicht so. Ich weiß nicht, ob Sie in dem Bereich unterwegs sind. Es gibt die Flüchtlingsklassen und da sind ganz oft Tendenzen eben auch zu sehen, dass die nicht aufgelöst werden, sondern die bleiben unter sich. Ich weiß es aus Erzählungen auch aus dem privaten Kontext. Also, womit haben wir es zu tun? Ich habe gesagt, ich gehe für uns noch ein bisschen nach unten in die Schwierigkeit auch der Situation aktuell, um dann aber Ihnen auch natürlich auch Ihrer Arbeit Mut zu machen und zu sagen, es gibt aber Konzepte und es gibt Möglichkeiten, auch Wege daraus zu finden. Also, ich habe das mal genannten professionelle Unbehagen in inklusiven Bildungsreformen. Wir haben es mit einer Krise des pädagogischen Handelns aktuell zu tun. Es gibt eine hohe Diskrepanz zwischen dem Reformanspruch und der Situation, die die Kolleginnen und Kollegen vor Ort vorfinden. Alles geschieht bei laufendem Betrieb. Es gibt einen hohen Innovationsdruck. Vielleicht auch so etwas wie gesteigerte Risikolagen, neue Belastungen. Das untersuche ich gerade in einem Forschungsprojekt, das von der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung finanziert wird. Da auch eben die Idee, wenn wir Kolleginnen und Kollegen lange in dieser Überforderungssituation halten, haben wir es da nicht vielleicht irgendwann eben auch mit einer erhöhten Zahl von Burnout oder Unfällen oder wie auch weiter zu tun. Neue Anspruchskonstruktionen, interprofessionelle Kooperationen ist eigentlich so ein ganz prägender Schlüsselbegriff. Ich habe gesagt, ich habe Ihnen das in einem Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob Sie das hier kennen, das Wordle. Ich lasse Ihnen nur mal gerade die Begriffe lesen. Das ist unten jetzt wieder ein bisschen abgeschnitten. Das ist ein Ergebnis aus einer großen Gesamtschule, hochinnovative Gesamtschule, die mich gerufen haben, dort in eine Begleitung zu gehen über ein Jahr, weil es Schwierigkeiten gab bei der Umsetzung von Inklusion. Es ist keine Schule, die das Thema als neues Thema hatten. Die hatten immer schon Förderschullehrkräfte auch dort an der Schule und haben aber gesagt, wir kommen irgendwie nicht klar, wir brauchen da mal Unterstützung. Ich habe die Kolleginnen und Kollegen im Vorfeld gefragt, was heißt eigentlich für Sie zum jetzigen Zeitpunkt Inklusion in Bezug auf Ihre Einzelschule? Die 123 Kollegen haben mir geantwortet, ich hatte seitenweise Word-Text und habe den in dieses Programm eingelesen. Und was macht das Programm? Das filtert die häufigst genannten Begriffe raus. Und das fand ich eben sehr passend. Was sehen Sie als größten Begriff hier vorne, den wir schon im Raum hatten, Überforderung. Ich musste mit der Auftraggeberin dann verhandeln, ob ich dieses Bild zeigen darf, also zum Start einer solcher Fortbildung. Aber meine Erfahrung ist immer, alles ist besser als die Sache unter den Teppich zu kehren, also das zu benennen. Und es war super erfolgreich auch in der Schule und zu sagen, wir sind hier in der Überforderung, wir haben eine Herausforderung. Wir müssen Inklusion, das was ich Ihnen eben mit Biva gezeigt habe, Partizipation, keine Etikettierung in einem Schulsystem umsetzen, wo wir ganz klar gewohnt sind zu etikettieren. Wir sind gewohnt, homogene Lerngruppen zu bilden, auch übrigens an Gesamtschulen. Diese Tendenz der Homogenisierung von Lerngruppen finden wir in allen Schulformen. Grundkurs, Erweiterungskurs. Ich habe viele Jahre in der Hauptschule gearbeitet. Ich habe Schülerinnen gesehen, die in einem Grundkurs Englisch waren, die nicht motiviert waren, in den Erweiterungskurs zu gehen, sondern die sich eigentlich abgestempelt gefühlt haben, ja, bei mir hat es nur für den Grundkurs gereicht. Wenn Sie das einmal verstanden haben, fangen Sie ganz anders an nachzudenken, was eigentlich diese Homogenisierung von Schülerinnen und Schülern, also dieses Eingruppieren nach Ability, wie die Amerikaner sagen würden, was das für Schwierigkeiten mit sich bringt. Es senkt nämlich die Erwartungshaltung der Lehrkräfte an diese Schülerinnen und Schüler. Ich weiß nicht, ob Ihnen diese Untersuchungen bekannt sind. Und was passiert dann? Schülerinnen und Schüler lernen, sich diesen gesenkten, reduzierten Erwartungshaltungen entsprechend zu verhalten. Können Sie Studien lesen aus den 70er, 80er Jahren, aus Hauptschulen, reihenweise. Und deswegen natürlich die große Überforderung und auch große Schwierigkeit der Kollegen hier umzusetzen. Also, um das nochmal deutlich zu machen, wir haben es gehört, es sind erhebliche Transformationen nötig, damit umzugehen. Es geht im Moment sehr häufig auch um eine Unklarheit in den Rollen und vor allen Dingen um Veränderungen auf der Unterrichtsebene. Wir haben immer schon heterogene Lerngruppen, aber wenn jetzt neue Schülerinnen und Schüler dazukommen, wird eventuell sich diese Heterogenität der Lerngruppe auch nochmal verändern, in welche Richtung auch immer. Was heißt Inklusion auf der Unterrichtsebene? Ich werfe jetzt einen ganz kleinen Blick, kurzen Blick, weil ich nicht so viel Zeit habe, mal über den Zaun. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Cartoon kennen. Ist relativ, ja, schon vor zwei, drei Jahren, glaube ich mal, in der GEW-Zeitschrift erkannt. Ist Ihnen diese inklusive Praxis ein Begriff? Ich weiß ja gar nicht genau, wer jetzt hier sitzt. Ich glaube, heute sitzen gar nicht so viele Lehrkräfte hier unter uns, oder? Ich weiß nicht, in welchen Feldern Sie unterwegs sind. Aber, genau, wenn ich das zeige in Schulen, dann ist immer so ein bisschen betretenes Schweigen, auch Lachen irgendwie bei Kolleginnen und Kollegen, weil natürlich baut niemand einen Zaun, ja, um die Schüler, die dort integriert werden. Oder man sagt ja jetzt heute inkludiert. Wir dürfen ja integriert nicht mehr sagen, da auch wieder, ja, integriert wird eben ersetzt durch inkludiert. Aber in den Köpfen oder in den pädagogischen Händlungen finden Sie das sehr häufig noch. Und wissen Sie, in welcher Schulform am häufigsten können Sie sich das vorstellen? Am Gymnasium, genau. Und zwar nicht, weil die Kollegen dort schlechte inklusive Arbeit machen, sondern weil die Diskrepanz von integrativen, also inklusiver Pädagogik, von dieser Idee, ja, wir sind bei dem normativen Konzept und Logik eines Systems völlig auseinander gehen. Ja, ich habe da wirklich ganz tolle Veranstaltungen im Moment, gerade an Gymnasien, wo die Kollegen mir reinweise sagen, ich als integrativ, als privater Akteur, finde das ganz toll mit der Inklusion. Ich habe da in meinem Bekanntenkreis Kinder, alles prima. Aber ich als Gymnasiallehrerin hier, und so möchte ich von Ihnen auch fortgebildet werden, muss hier Schülerinnen und Schüler zum Abitur führen. Und das fällt mir unheimlich schwer, wenn Sie mir so eine Gottfried-Bieber-Folie da auflegen, wie ich es eben mit Ihnen getan habe. Ja, und das ist eben im Moment so ein bisschen die Schwierigkeit. Sie kennen das vielleicht, also darin bewegen wir uns. Anna-Marie von der Gröben hat das mal ganz schön dargestellt in einem Lehrerfortbildungsband auch. Es geht immer um dieses Ausbalancieren eben aktuell und das eben in einer neuen Situation eben jetzt von Individuum, Gruppe und Sache. Das ist eigentlich um das, was Kolleginnen und Kollegen auf der pädagogischen, auf der Unterrichtsebene ausbaden müssen im Moment. Und das ist schwierig. Jetzt nicht erschrecken, die Folie ist auch viel zu voll. Ich wollte sie nur einmal gezeigt haben. Es gibt eine Menge mittlerweile Ideen, wie eigentlich eine inklusive Didaktik funktionieren kann. Eine der umfassendsten hat Wocken mal 2010 formuliert. Die können Sie, Sie kriegen ja die Folien auch von den Veranstaltern hier, die können Sie einfach mal von oben nach unten durchgehen. Man fängt an bei Vielfalt der Kinder und liest dann eigentlich von oben nach unten durch. Das ist praktisch dieser hohe Anspruch, was ist eigentlich ein inklusiver Unterricht. Was ich daran gut finde, ist, weil Wocken ist einer der wenigen, auch der die Vielfalt der Pädagogen mit ins Spiel bringt. Inklusiven Unterricht kann man nicht alleine machen, sondern man braucht multiprofessionelle Teams. Man braucht unterschiedliche Expertise. Man braucht natürlich auch Lehrkräfte mit sonderpädagogischer Expertise, mit sonderpädagogischer Ausbildung. Weil da sitzt im Moment bei uns ganz klar natürlich auch Expertise im Bereich pädagogischer Psychologie oder Schwierigkeiten im Bereich des Lernens. Ich habe gesagt, ganz kurzer Blick über den Zaun. Beim selber nochmal beim Recherchieren kann ich Ihnen, also ich hätte Ihnen gerne mitgeteilt, dass im Ausland alles besser läuft und dass da ganz viele Untersuchungsergebnisse schon da sind zu digitaler Inklusion, ist aber nicht der Fall. Also ich habe bei uns ganz wenig gefunden, habe auch international noch gar nicht so viel dazu gefunden. Deswegen heute nur, bevor wir uns mit meinem eigenen Projekt beschäftigen, einen Einblick. Ich war gerade vor zwei Wochen in Island, war völlig geflasht, sage ich jetzt mal neudeutsch, von der Art, wie die dort in einer Klasse digitale Inklusion durchgeführt haben. Völlig heterogene Schülerinnen und Schülerschaft. Auf diese Schule gehen alle Schülerinnen und Schüler des Umfeldes, egal ob mit Rollstuhl, ohne welche Sprachherkunft auch immer, soziokultureller Status, sexuelle Orientierung, völlig egal. Schule für alle Schüler in diesem Wohngebiet. Und es gibt dort nicht nur eine Laptop-Klasse, sondern es ist generell so, dass im Bereich eben ab Klasse 9 oder 10 Schülerinnen und Schülern mit Laptops arbeiten. Ich habe Ihnen nur so ein paar Einblicke mitgebracht, habe ein langes Interview geführt mit der Kollegin, das ist das Bild von vorne. Und wie gesagt, das ist alles noch jetzt ganz grob, weil ich es noch nicht ausgewertet habe. Aber für heute, weil es eben auch ganz frisch ist, habe ich Ihnen nur mal einen kleinen Auszug aus diesem Interview mitgebracht, weil mich natürlich auch interessiert hat, es sieht so einfach hier aus, wie schaffen Sie hier digitale Inklusion, so habe ich es mal genannt, weil ich ja auch jetzt wusste, ich bin heute hier bei Ihnen. Warum klappt es in Reykjavik in Island? Die Kollegin hat mir gesagt, das ist ein fester Bestandteil des Schulkonzepts, keine Deprivatisierung. Bei uns in unseren Schulen haben wir häufig Lehrkräfte, die halt so ein individuelles Faible haben für den Laptop, die implementieren das dann in ihren Unterricht. Das haben Sie dort nicht gefunden. Dort ist das Schulkonzept. Also eine ganz wichtige Gelingensbedingung. Zentraler Bestandteil der Lehrer Aus- und Fortbildung. Die Kolleginnen, die dort waren, haben mir gesagt, wir lernen das schon in der Uni. Digitale Medien ist dort eben fester Bestandteil. Technischer Support in der Schule, ganz klar, hat sie mir benannt als eine Gelingensbedingung. Intensive Elternarbeit, die Eltern mit reinzuholen. Das ist keine Sache von Schule, digitale Bildung, sondern Eltern werden mit hineingebracht. Und das letzte fand ich auch nicht unwichtig, weil ich habe sie gefragt, läuft das hier die ganze Zeit so ab, irgendwie mit diesen Laptops? Und sie hat gesagt, nein, nein, also keine Abnutzung auch dieses einen Weges, sondern ständige Variationen von neuen Medien und herkömmlichen Medien. Das fand ich ganz spannend. Die lernen auch ganz klar noch mit traditionellen, mit Schulbüchern, mit Arbeitsblättern. Aber eben, dann gibt es eben auch Situationen, wo sie eben mit diesen Laptops arbeiten. Das ist ein bisschen verzogen hier. Ich habe Ihnen ein Projekt mitgebracht und habe ja gesagt, ich will uns auch hier wieder aufbauen. Trotz der großen Schwierigkeit, das zu implementieren, in Schule, in Lehre, Aus- und Fortbildung, wollte ich Ihnen zeigen, was wir an der Kölner Uni mit Lehramtsstudieren gemacht haben. Und das war mit wenig Ressource trotzdem super erfolgreich. Wir haben ein Lehrangebot geschaffen, wo wir versucht haben, die Begriffe Internationalisierung, Inklusion, E-Learning und Reflexion zusammenzubringen. Das waren die vier Pfeiler eigentlich dieses Seminarkonzept. Warum haben wir das gemacht? Kurze Befragung vorher der Studierenden. Das mache ich jetzt ganz kurz nur. Was finden wir in deutschen Lehramtsseminaren, sage ich mal. Ich sage jetzt deutschen, weil ich beziehe mich hier auf drei Standorte, an denen ich unterrichtet habe und überall habe ich diese Daten gefunden. Wenn Sie Lehramtsstudierende fragen nach der Möglichkeit der praktischen Umsetzung von Inklusion ins Schulsystem, dann sind die mega skeptisch. Hier sehen Sie es auch. Also drei Viertel der Studierenden sagt, eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen, dass es umsetzbar ist. Das ist eine schöne Idee, aber umsetzen schwierig. Eine andere Date, die Sie immer wieder finden, wenn Sie fragen, ist Special Education, also Sonderpädagogik, sind Schülerinnen und Schüler mit dem Förderbedarf nicht eher auf den Förderschulen, also gut aufgehoben. Da sehen Sie auch einen hohen Prozentsatz der Studierenden, die sagen, ja, ich finde, die Förderschule ist da, eben weil da findet eine spezielle Förderung statt, der bessere Förderort. Also um diese skeptischen Haltungen mal ein bisschen zu irritieren und durcheinander zu bringen, haben wir eben über E-Portfolios unsere Studierenden mit Studierenden im Ausland, ich zeige Ihnen gleich, welche Länder da beteiligt waren, welche beiden in Kontakt gebracht. Das hier nur sehr schnell, ja, E-Learning-Plattform Ilias. Ich hatte damals gar keine Ahnung von E-Learning im Hochschulbereich. Ich musste mich auch neu einarbeiten und habe aber gemerkt, mit der entsprechenden Unterstützung ist es auch eigentlich nicht so schwer. Das ist das, was wir gemacht haben mit den Studierenden. Wir haben sogenannte Inclusive Activities ins Leben gerufen. Kölner Studierende, finnische Studierende und kanadische Studierende haben wir über Laptops eben miteinander ins Gespräch gebracht. Die haben ihre Erkenntnisse in E-Portfolios dokumentiert. Ich gebe Ihnen nur einen ganz kurzen Einblick, damit Sie so eine Idee haben, wie das aussah. Ein Activity war zum Beispiel mit einer Studierenden aus Kanada sich zu unterhalten. Wir haben auch eine Skype-Konferenz dazu gemacht. Crystal ist eine Studierende, genau im gleichen Alter wie meine Studenten damals, die sehr stark körperlich eingeschränkt ist und eben ihre Erfahrung im kanadischen Schulsystem berichtet hat. Das war hochspannend. Wir haben sie Critical Peer in Toronto genannt und ich lese das jetzt nicht vor, sondern lasse Sie einfach mal lesen, wie da der Kontakt zustande kam. Das war super, super spannend und wir haben geschafft, diese, ich rede oft davon, der nationalen Gefangenheit, auch unserer Lehrerinnenbildung, die so ein bisschen aufzulösen. Also das ist Crystal. Sie hat Kontakt aufgenommen über E-Learning-Formate eben mit unseren Studierenden, hat die entscheidenden Fragen aus mehr einer Sicht auch gestellt, Definition von Inklusion, some responses. Also meine Studierenden haben dann geantwortet, long way to inclusion, also es war sehr interessant, auch für Crystal. Es hat ja so etwas Gegenseitiges dann zu sehen, eben wie wird hier eigentlich an dem Thema gearbeitet. Also natürlich auch ein Austausch, sehr stark normative Ideen die ganze Zeit. Das ist nur noch ganz schnell jetzt, um Ihnen so ein Tool auch zu zeigen oder Activity, die wir gemacht haben. Wir haben die Studierenden ihre Arbeitstheorien aufschreiben lassen, wir haben zentrale Fragen gestellt, was eigentlich Inklusion bedeutet, was heißt Lernen für dich, was heißt inklusives Lernen und haben dann diese Arbeitstheorien untereinander ausgetauscht. Es war super spannend, einmal meine Studierenden Arbeitstheorien oder Ideen, pädagogische Einstellungen von Toronto-Studierenden und finnischen Studierenden eben gegenüberzustellen und zu interpretieren. Hier auch wieder Außenkorrespondentin, wir hatten Studierende im Ausland im Praktikum, die dann eben über Blogs und verschiedene Dinge eben berichtet haben. Also so war ein ständiger Austausch eben auch der Studierenden. Hier war Isabel zum Beispiel in Schottland wahrgegeben. Letzter Tool, arbeite ich ganz stark eben mit einer Kollegin aus Cambridge. Wir lassen Studierende metaphorisch arbeiten mit zu dem Begriff Diversity. Hier ein Ergebnis aus England. Die Studierenden werden von uns gefragt, metaphorisch ausgedrückt, was heißt eigentlich Umgang mit Vielfalt und malen uns Bilder und schreiben dann eben warum. Hier hat ein Student aus Cambridge gesagt, Umgang mit Vielfalt ist like a rollercoaster, also dieses Hoch und Tief. Wir haben hunderte dieser Metaphern gesammelt und werten die gerade aus, um so ein bisschen zu gucken, wo sind da Unterschiede, wo sind auch Gemeinsamkeiten. Ich komme zum Schluss. Also was haben wir ausprobiert? Und zwar wirklich ganz explorativ. Also ich habe vorher auch nicht ein Buch zur digitalen Inklusion gehabt oder gelesen oder mich da erstmal zurückgezogen, sondern wir haben das eigentlich in so einem ongoing Prozess entwickelt. Blogs, Peergroups, Tablet-Computer, klar, das Geld musste aufgebracht werden, die iPads zu kaufen oder die Tablet-Computer. Und wir sind dann einfach gestartet und haben auch ein bisschen mit evaluiert. Herzlichen Dank. Vielen Dank.